Ich bin heute als Jobhopper für euch unterwegs in Ahlsdorf beim RHZ Handwerkszentrum. Wir sind Anlagenmechaniker im Unternehmen RHZ. Jeden Tag sieht es anders bei uns aus. Das Schöne ist halt hier im Unternehmen die wechselnden Tätigkeiten. Man macht immer was Neues, man lernt immer dazu. Ist halt nicht so eintönig.